Auch eine? Ich hab aufgehört. Du? Wie hast du das denn angestellt? Es musste einfach sein. Es passt nicht zu meinem neuen Image. Das glaub ich gern. Der private Fitnesstrainer als Schornstein, das geht wirklich nicht. Ich bin wohl kurz eingenickt. Kurz? Du hast, seit wir aus Texas raus waren, geschlafen wie ein Stein. Wo sind wir jetzt? In Oklahoma. Bald kommen wir nach Missouri. Woher weißt du das? Ich erkenne überhaupt nichts. Es ist dunkel. Stockfinster. Tiefste Einöde. Aurora? Es wird schon werden. Na klar. Wir nehmen in Chicago den Zug und ruckzuck sind wir in Philadelphia. Noch 20 Meilen, dann machen wir eine kleine Pause. Sorry, wir haben kein Geld mehr für den Zug nach Philadelphia. Unser gesamtes Bargeld ist für die Busfahrkarten draufgegangen. Meine Erbschaft nützt uns jetzt nicht besonders viel, verstehst du? Nicht, keine Panik. Wo kommt das viele Geld auf einmal her? Schreise. Würdest du gar nichts empfinden, dann würde es dir jetzt nicht so schlecht gehen. Ich will das, was war, hinter mich bringen. Es ein für alle Mal abhaken. Ich hab gedacht, wenn ich lange genug weine, spülen die Tränen es irgendwann weg. Ich tue das, was man in meiner Lage normalerweise tut. Aber rein mechanisch, nicht mit dem Herzen. Cruz, mein Gott, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Du sollst ruhig Schmerz empfinden, BJ, aber nicht wegen Frank Goodman. Du solltest lieber um dich selbst trauen, um deine Kindheit, um das, was dir der Mann genommen hat. Ja, wenn ich das bloß könnte. Ich würde alles, alles tun, um wieder glücklich zu sein. Ich fühle mich wie abgestorben, Cruz. Ich bin tausend kleine Tode gestorben und kein Mensch hat was bemerkt. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Dieses Gefühl halte ich einfach nicht mehr aus. Mein Gott, Frank ist doch tot. Warum finde ich nicht zu mir selbst zurück? Warum nicht Cruz? Keine Angst, das wirst du schon irgendwann. Eines Tages kommst du darüber hinweg. Glaub mir, ich verspreche es dir. Hilfst du mir? Aber ja, natürlich. Du kannst immer auf mich zählen, das schwöre ich dir. Wer ist da? Und jetzt? Hier spricht die Polizei. Kommen Sie sofort heraus. Wird's bald. Es stimmt bloß ein Kojote. Bloß? Sind die nicht gefährlich? Nur wenn sie sich bedroht fühlen oder krank sind. Ich bring dich jetzt lieber nach Hause. Du liebe Zeit, alles bloß das nicht. Warum nicht, BJ? Meine Mutter ist dort. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ja, das habe ich gemerkt. Du darfst deine Mutter nicht für dein Unglück verantwortlich machen. Sie ist keine überirdische Heldin mit Röntgenblick, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie hat ihre Schwächen und Fehler. Und Frank Goodman war ein Meister in Sachen Täuschung. Was auch auf dich zutrifft. Ich finde es nicht fair von dir, sie wegen mangelhafter Fähigkeiten im Gedankenlesen zu verurteilen. Klar, dass du sie verteidigst. Das tue ich doch überhaupt nicht. Ich muss sie nicht verteidigen. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat immer versucht, so zu sein, wie du sie gerne haben möchtest. Und ich glaube, wenn du die Vergangenheit abhaken willst, wie du sagst, und dich wieder lebendig fühlen und zu dir finden willst, musst du deiner Mutter verzeihen. Niemand auf der ganzen Welt liebt dich so sehr wie sie. Ich habe das Gefühl, unsere Beziehung ist an einem absoluten Tiefpunkt. Als wäre unser Leben in die Luft gesprengt worden und in viele Teilchen zerlegt. Wir können nicht vorhersagen, wo sie runterfallen und welche Form unser Leben anschließend haben wird. Doch eins weiß ich. Wenn wir zwei zusammenhalten, so wie bisher, bekommen wir unser Leben irgendwann wieder auf die Reihe. Verlass dich darauf. Florida. Was? Er hat sich vielleicht bei einem seiner Freunde in Florida versteckt. Sawyer? Nein. Nein, er würde nicht dorthin gehen, wo man ihn zuerst vermutet. Nein. Gut. Sehr gut. Wenn er doch bloß mal anrufen würde, dann hätten wir zumindest ein Lebenszeichen und wir wüssten wenigstens, dass es ihm gut geht. Jodie, wäre es dir möglich, die Kinder mal für einen Augenblick zu vergessen, nur für zehn Minuten? Das ist ja wohl ein bisschen viel verlangt. Was glaubst du, wo Cruz und BJ sind? Ist das wichtig? Bei Cruz ist sie gut aufgehoben. Und ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass sie nicht hier ist. Kannst du mir erklären, was du damit meinst? Ich meine, wir brauchen Zeit füreinander. Wir müssen mal allein sein. Na, komm. Besser? Ja, ich denke schon. Gott sei Dank. Wenn um uns herum alles zusammenbricht, dann haben wir doch immer noch uns. Business Class. Na schön, Hauptsache ich kann heute noch fliegen. Sonnenbrille? Die liegt im Wagen. Ich hol sie am besten sofort, sonst vergesse ich sie noch. Jetzt aber schnell. Oh! Gottmacht mal. Begrüßt du alle Gäste so? Gäste sind mir willkommen. Du nicht. Was hast du hier verloren? Willst du nochmal versuchen, mich herumzukriegen? Nein, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Mach es kurz, ich muss gleich zum Flughafen. Und ich warte auf ein Taxi. Willst du den verweisen? Und ob. Nach Hongkong. Du kannst dich über meine Rolle lustig machen, soviel du willst. Der Erfolg ist nicht von der Hand zu weisen. Nein. Sie kommt gut an. Mhm. Und sie passt zu mir. Aha. Sie ist perfekt. Ja, sieht fast so aus. Erzählst du den Leuten deine alte Lügengeschichte, wie du als werdender Arzt deine Freundin, die Krankenschwester mit deinem besten Freund im Bett erwischt hast? Das ist nicht gelogen. Nein, nur teilweise. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Ist das wahr? Oh, Kind, du verwöhnst mich. Dafür bist du doch hier, oder? Oh. Oh. Du lieber Himmel, sowas Schönes habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Selbst bei seinem Rückzug versucht er noch, seinen Willen durchzusetzen. Wenn du möchtest, nehme ich die Brosche so lange in Verwahrung, bis du vergessen hast, Verboten kommt. Ich nehme die Idee und packe das Ding möglichst weit weg. Schon geschehen. Danke. Das ist wirklich das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Woher hast du die? Die Dame mit dem guten Geschmack hat mich beraten. Ist die Betreffende auch... deine Geliebte, Ken? Bitte, das Geld ist von BJ? Ja, sie hat es in ihrem Rucksack versteckt, den sie vor dem Polizeirefier von mich abgestellt hatte. Vielleicht hat Professor Lokosch es ihr gegeben. Wenn ja, geben wir es ihm zurück, wenn alles vorbei ist. Okay. Das dauert aber noch etwas. Hier. Das nehme ich an mich. Okay, 15 Minuten Pause. Na los, komm. Ja. Hallo. Ich heiße Rusty. Und ihr? Ähm, ich bin Laura und das ist Luke. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Warum setzt ihr euch nicht? Ich hole was zu trinken. Ja? Luke und Laura? Wie kommst du denn darauf? Tja, ich habe wahrscheinlich zu viele Krimiserien gesehen. Ich hoffe, Sie haben was zu trinken da. Was wollen Sie, Mackey? Das ist immer so durstig. Ein Nachtteil. Ich habe Sie nicht hereingebeten. Ist doch nicht nötig. Ach, kommen Sie. Sie werden doch einen armen Mann nicht in die Nacht hinausjagen. Sie haben zu viele Columbo-Krimis gesehen, wenn Sie meinen, dass Sie mich mit dieser Masche einwickeln können. Also, was haben Sie hier zu suchen? Na los. Columbo, Momentchen. Mal sehen, ob ich den stimmtechnisch auf die Reihe bekomme. Sie kennen mich besser, als Sie glauben. Äußerst tiefsinnig. Sie sind die Abgedroschenheit in Person. Oh, ich ergebe mich. Ich habe ein oder zwei Fragen. Fragen Sie und machen Sie, dass Sie wegkommen. Kurz bevor Frank Goodman starb, war Cruz Castillo irgendwo eingesperrt, nicht? Ja, das stimmt. Frank hat Cruz im Schlachthof eingesperrt. Gemeinsam mit Jodie. Sie sollten beide beim Abriss des Gebäudes draufgehen. Nur eins verstehe ich dabei nicht. Wieso Jodie? Wie meinen Sie das? Warum nicht Sie? Warum nicht Reese und Jodie oder Cruz und Reese? Erzählen Sie mir das. Stell dir vor, du hast drei Wünsche frei, Schatz. Welche wären das? Drei Wünsche? Ja. Komm, gib mir was zu tun. Da muss ich nicht überlegen. Ich habe bloß einen. Dass unseren Kindern nichts passiert. Die anderen vertage ich oft später, wenn der Schlamassel vorüber ist. Dann gebe ich dir wirklich was zu tun. Das höre ich gern. Ist der Mann noch da? Nein, McCabe ist weg und er wird auch nicht wiederkommen. Dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Gute Nacht, Cruz. Danke für alles. Du kannst auf mich zählen. Gute Nacht, Dad. Gute Nacht, mein Schatz. Sie hasst mich. Nein, das tut sie nicht. Sie ist nur durcheinander und todmüde. Ihr geht im Augenblick eine Menge im Kopf herum. Du musst etwas Geduld mit ihr haben. Wo seid ihr zwei gewesen? Wir waren dort, wo Frank umgebracht wurde. Was? Da wollte sie hin? Ja. Wozu denn? Sie ist von irgendeinem Dämon besessen und den wollte sie loswerden. So sehe ich das. Und hat sie? Leider nicht, nein. Nicht mal im Ansatz. Nach Hongkong. Darf ich dreimal raten? Nicht nötig. Ich will Ken überraschen. Hältst du das für klug? Oh, ich finde, das ist eine fabelhafte Idee. Ich meine nur, immerhin ist er auf Geschäftsreise. Sein Vertrag mit Gina Jeans ist frisch unterzeichnet. Willst du ihn da wirklich ablenken? Sieht fast so aus. Vorhin hättest du es beinahe geschafft. Dein Scham ist sehr gefährlich, mein Guter. Du hast ihn offenbar unbeschadet überstanden. Ja, allerdings. Und nicht nur das. Er hat mir beide Augen geöffnet. Mir ist klar geworden, ich liebe Ken inzwischen sehr. Ich könnte mir vorstellen, ihn zu heiraten. Er ist Chinas Laufbursche. Du redest absoluten Unsinn. Sehe ich vielleicht so aus? Verdammt nochmal, das ist doch Unsinn. Du kennst den Mann doch überhaupt nicht. Bitte hör mich an. Bitte lass mich ausreden. Sophia, von meinen Gefühlen will ich gar nicht reden. Ich spreche jetzt als guter Freund zu dir, als jemand, der dich seit Ewigkeiten kennt und sich um dich sorgt. Bitte mach keinen Fehler mit ihm. Du kennst ihn kaum. Lass dir Zeit. Wenn er der Richtige ist, läuft er dir nicht weg. Wir beide haben uns früher immer in die Weinlaube gesetzt, wenn es darum ging, die Probleme dieser Welt zu lösen. Komm, wir wollen in aller Ruhe darüber reden. Nimm die Finger weg! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du, du versuchst sogar jetzt, mich herumzukriegen. Aber diesmal hast du endgültig verspielt, mein Lieber. Schreib dir gefälligst eins hinter die Ohren, und zwar ein für allemal. Also hör zu. Ich liebe Ken wirklich. Und wenn ich beschließe, ihn zu heiraten, dann ist das meine Sache, nicht deine. Ich muss mich mit dir nicht unterhalten. Ich muss nicht mit dir in der Laube sitzen. Und wenn du mein Freund bleiben willst, woran dir ja angeblich so viel liegt, dann wünschst du mir Glück und lässt mich in Frieden. Sie hat ihre Gefühle so viele Jahre hindurch unterdrückt, dass sie sie gar nicht mehr benennen kann. Ja, und bis es wieder so weit ist, macht sie sich bittere Vorwürfe, weil sie nicht um Frank Goodman trauert. Weil sie nicht aufrichtig um ihn weinen kann. Ich hab ihr versucht zu erklären, wie absurd das ist, aber das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich werde mich zu ihr setzen und warten, bis sie einschläft. BJ kann sich nicht von ihren psychischen Wunden erholen, bevor sie nicht die Probleme, die zwischen ihr und mir bestehen, überwunden hat. Das mit Frank ist bloß die nächste unmittelbare Hürde. Über die kommt sie mit Hilfe einer Therapie schon hinweg. Aber das wahre Problem ist ihr Verhältnis zu mir. Sie braucht einfach einen Sündenbock, Jodie. Das hat bestimmt nichts mit dir persönlich zu tun. Hast du mir überhaupt zugehört? Sie kann das, was passiert ist, erst bewältigen, wenn sie die zwischen uns bestehenden Probleme bewältigt. Und die kommen von dem Geheimnis, das ich mit mir herumtrage. dass du ihr Vater bist. Was? Ich finde, sie muss die Wahrheit erfahren. Hast du Angst? Jetzt nicht mehr. Je weiter wir uns von Santa Barbara entfernen, desto besser fühle ich mich. Ich mich auch. Aber wir dürfen nicht unachtsam werden. Wir müssen immer damit rechnen, dass uns vielleicht jemand verfolgt. Klar, ich gebe dir Deckung und du mir. Ich liebe dich. Richtig auch. Von solchen Küssen muss man ja ganz schön Durst kriegen. Ein Wasser für jeden. Bitte. Danke. Nett von dir. Erzähl doch mal von euch. Ich weiß, ihr seid verliebt. Das ist nicht zu übersehen. Seid ihr verheiratet? Ja. Wir fahren nach Chicago zu Lauras Bruder. Woher kommt ihr beide? Aus Oklahoma City. Luke arbeitete als Portier. Hey, das macht Spaß. Da läuft dir jede Menge interessantes Volk über den Weg. Das kann ich mir vorstellen. Und was machst du so, Laura? Was machst du denn so, Rusty? Oh, äh... Ich treibe mich ein bisschen in der Weltgeschichte rum und genieße meine Freiheit. Neulich habe ich beim Kartenspielen zufälligerweise ganz gut abgeräumt. Darum bin ich jetzt flüssig und konnte euch einladen. Oh ja, Glück. Andernfalls hätte ich euch ausgeplündert. Das hätte dir nicht viel eingebracht. Wir sind ziemlich blank. Puh, das ist mein Normalzustand. Oh, ich glaube, man wartet auf uns. Kommt. Geh ruhig. Wir kommen gleich. Okay. Halt, ich helfe Ihnen. Das ist aber... Hier, Ma'am. Ihre Tasche. Kommen Sie. Vorsicht. Kann es weitergehen? Ja. Ja, wir sind soweit. Na, dann mal rein mit euch. Und du? Ja. Ich steig hier aus. Nein, aber nicht doch. Sie ist nicht meine Geliebte. Ich arbeite bloß für sie. Wieso soll ich dich nicht anrufen? Dass ich nicht mit ihr schlafe, heißt nicht, dass sie nicht mit mir schlafen möchte. Sie ist steinreich. So eine Chance kommt so bald nicht wieder. Ich muss nur ein Weilchen nach Ihren Regeln spielen. Vertrau mir. Das ist die Gelegenheit für mich. Ich mach' das für uns. Das wär's. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Nein, danke. Für Sie. Vielen Dank, Sir. Also willst du die Brasche doch nicht haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht so recht, ob ich dir glauben soll. Schatz, ich hab' dich hierher geholt. Beweis das denn nicht, dass du mir von allen Menschen am wichtigsten bist? Ich treffe Vorsorge für unsere Zukunft, Kleines. Wenn erst mal alles nach Plan läuft, dann werde ich dich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen können. Hallo. Ich hab' eine Nachricht für Mr. Capwell. Der Verdacht, von dem er sprach, hat sich bestätigt. Daddy. Na, mein Schatz. Was ist los? Ich habe dich nur warm zugedeckt, wie früher, als du klein warst. Ja, ich weiß. Das war schön. Ja, stimmt. Du hast mir immer Geschichten erzählt, wenn du am Bett gesessen hast. Ich glaube, fürs Warmzudecken hatte ich bedeutend mehr Talent. Ich mochte die Geschichten. Wirklich? Mhm. Sie handelten immer von drachenjagenden Helden und Rittern in schimmernden Rüstungen und wunderschönen Prinzessinnen. Es gab nur Gut und Böse. Alles war ganz einfach. Doch so ist das wahre Leben nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dich fehlgeleitet habe. Wie kommst du denn darauf, Daddy? Du bist der Einzige, bei dem ich mich noch geborgen fühle. Ich bin immer für dich da, Liebling. Er hat mir so wehgetan. Ich weiß. Ich schwöre, wenn der Kerl nicht schon tot wäre, dann... Ich spreche nicht von Frank. Ich spreche von Warren. Hast du den Verstand verloren? Wir können ihr nicht die Wahrheit sagen. Sie darf nie dahinter kommen, dass ich ihr Vater bin. Und das weißt du. Lass diesen Blick. Ich weiß nicht das Geringste. Bitte vertrau mir doch, Jodie. Schieben wir deinen Vorschlag auf die momentane Anspannung und vergessen wir ihn, okay? Aber ich halte das nicht mehr aus, Cruz. Sie spürt genau, dass ich irgendetwas vor ihr verberge. Anfangs dachte ich, sie wäre auf mich böse, weil ich sie nicht beschützt habe. Aber wir zwei wissen, es steckt mehr dahinter. Ihr Instinkt sagt ihr das. Na gut, schon möglich. Aber das ist nicht deine Schuld, sondern meine. Du bist ihre Mutter. Und der Mann dort ist ihr Vater. Ich pass nicht ins Bild. Ich bin hier der Störenfried. Na schön, das werde ich schon aushalten. Mir bleibt nichts anderes übrig, wenn mein Leben in dieser Stadt noch einen, wie auch immer, gearteten Zweck haben soll. Du hättest uns vorhin sehen sollen, Jodie. Ich musste zuhören, wie sie über sich sprach, als wäre sie ein Untermensch. Ein herzloses Monster. Ich hätte sie am liebsten gepackt und an mich gedrückt und ihr ins Gesicht geschrien. Alles wird wieder gut. Ich bin dein Vater. Ich bin für immer für dich da und beschütze dich mit all meiner Kraft. Ich habe nichts gesagt und ich werde es auch nie tun. Und wenn sie es erfährt, erfährt es auch Reese. Und dann ist alles aus und vorbei, Jodie. Dann ist deine Familie nur noch ein Trümmerhaufen. Tu mir den Gefallen und lass es bitte nicht so weit kommen. Egal, wie sehr dich das Aussprechen der Wahrheit vorübergehend erleichtern würde. Du musst sie für dich behalten. Ach, ich weiß nicht. Jodie, hör auf mich. Wenn du es ihr sagst, zerbricht sie. Wollen Sie wirklich nicht? Ich will nur eins, dass Sie Ihr bizarres Abendessen beenden und mein Haus verlassen. Es ist schon spät und ich will endlich schlafen. Sie sind nicht besonders gastfreundlich. Bitte. Okay. Die Walkers. Ja, was ist mit Ihnen? Sie haben ein paar Probleme. Oh, ein paar Probleme. Warum sagen Sie nicht, was Sie meinen? Oh, großer Gott. Die Walkers machen gerade eine furchtbar schwere Zeit durch. Sie haben erfahren, dass ihre Tochter sexuell missbraucht wurde und zwar seit ihrer Kindheit. Der Betreffende hat versucht, Jodie zu ermorden. Sawyer wird ein Mord angehängt, den er nicht begangen hat. Obwohl er, wie manche meinen, durchaus im Recht gewesen wäre. Es tut mir sehr leid, dass die Familie nicht ihren verstaubten Fernsehvorstellungen entspricht. Sind Sie sicher, dass Sawyer es nicht war? Ja! Wer war es dann? Keine Ahnung. Nicht die geringste, okay? Jetzt verschwinden Sie bitte. Na gut, ich weiß, wann ich unerwünscht bin. Ach ja? Sah ganz anders aus für mich. Zu Beginn meiner Ermittlungen dachte ich, Sie wären an der Verschwörung nicht beteiligt. Irgendwas in Ihren Augen hat mir gesagt, dass Sie die ganze Sache bloß vom Rand aus beobachten. Aber ich habe mich geirrt. Gute Nacht, McCabe. Gleichfalls. Sie sind eine wunderhübsche Lügnerin. Was haben Sie hier verloren? Ich habe nur Ihre Freundin besucht. Schönen Abend noch. Hat die Pizza geschmeckt? Hör mich doch erst mal an. Bitte, ich bin ganz hohr. Kleines, dir ist, glaube ich, klar, dass ich von Warren noch nie viel gehalten habe. Ich... Oh, ja. Du verstehst sicherlich, dass das ein ganz schöner Schlag für mich ist. Wieso könnt ihr nicht einfach befreundet sein? Das geht nicht, Daddy. Weil ich ihn liebe. Ich bin... ...in die Wüste gegangen. Ich dachte, ich würde an dem Ort, wo es passiert ist. Wo mein Frank erschossen hat. Irgendetwas empfinden. Aber nichts geschah. Ich hatte nur eine beängstigende Leere in mir. Warren gibt mir Kraft, Daddy. Er vertreibt diese große Leere. Er gibt mir endlich wieder Selbstvertrauen, verstehst du? Er gibt mir das Gefühl, schön zu sein. Kleines, du bist wunderschön. Das muss dir kein Wollen sagen. Ich fürchte doch, Daddy. Na schön. Okay. Ich bitte dich nur um einen Gefallen. Könntest du, wenn möglich, deine Gefühle noch ein Weilchen in Schach halten? Stürz dich nicht Hals über Kopf in etwas so Ernstes. Kleines, ich verstehe nicht viel davon. Aber wenn du sagst, du kommst dir leer vor und brauchst jemanden, der dieses Vakuum ausfüllt, dann ist es vielleicht besser, du gehst einmal zu einem Therapeuten. Kleines. Ich kann deine Wunden nicht heilen. Deine Mutter auch nicht. Und auch nicht Warren. Nur ein Mensch ist dazu imstande und das bist du. Aber du solltest dir helfen lassen. Von einem Fachmann. Nicht, weil ich das möchte. Oder deine Mutter. Oder vielleicht Warren. Du musst selbst den Wunsch haben. Oh, Rora, wenn wir das hinter uns haben, dann sehen wir uns die Welt an. Europa, Fernost. Zuerst möchte ich eine Tour durch Amerika machen. Na, den Wunsch erfülle ich dir ja schon. Erzähl mir von deinem Freund in Philadelphia. Reggie? Ja. Wir haben als Jungs gemeinsam Baseball gespielt. Wohnt ihr direkt in der Stadt? Ja, ich glaube schon. Ich habe seine Adresse. Na, du? Hast du meine Brieftasche? Nein. Sie ist weg. Sie kann aber nicht weg sein. Doch. Dieser Rusty. Wo steckt er? Ich weiß nicht. Ich habe ihn seit der Pause nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sitzt er auf einem anderen Platz. Nein, er ist überhaupt nicht wieder eingestiegen. Er hat mich beklaut. Ich bin ein Vollidiot. Sorry, du kannst doch nichts dafür. Ich trottel. Woher solltest du wissen, dass dieser Rusty das vorhat? Aurora, versteh doch. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Er war doch bloß hinter unserem Geld her. Dein Ausweis interessiert ihn gar nicht. Aurora, ein Kerl, der mir die Brieftasche klaut. Der verpfeift mich auch für Geld. Komm mit. Können Sie bitte einen Moment anhalten? Wir müssen hier aussteigen. So, ja. Der Fahrer sagt, nach St. Louis sind es noch knapp 90 Meilen. Wozu haben wir unsere Beine? Oh, Mist. Hey. Ich liebe Spaziergänge im Mondschein. Es tut mir leid. Hast du Angst? Nein. Wir sind zusammen. Und das ist die Hauptsache. Ja. Na los. Komm. Ist Cruz weg? Ja. Schläft sie? Ja, endlich. Sie hat mir lang und breit auseinandergesetzt, wie sehr sie Warren liebt. Ich habe ihr gesagt, dass Warren ihr auch nicht helfen kann und dass sie zu einem Therapeuten gehen muss. Hätte ich lieber meine Klappe halten sollen? Ich habe Warren dasselbe gesagt. Ihr habt euch unterhalten? Er hat eigentlich bloß zugehört. Heißt das etwa, er liebt sie auch? Ja. Ich befürchte schon. Oh Mann. Er wird nichts unternehmen. Das will ich hoffen. Es wäre für BJs seelischen Zustand... Das ist ihm klar, Reese. Ich habe ihm gesagt, eine Liebesbeziehung würde möglicherweise die Heilungschance mindern. Sieht er das ein? Er war sehr verständnisvoll. Ich habe ihm klar gemacht, dass er ihr Freund bleiben kann. Dass sie ihn als Freund braucht. Aber dass mehr als reine Freundschaft zur Zeit keinesfalls in Frage kommt. Er hat versprochen, die Distanz zu wahren. Vertraust du ihm? Ja, ich glaube, er steht zu seinem Wort. Was? Was fällt dir ein? Darum meldet Warren sich nicht, weil du es ihm verboten hast. Kleines, ich kann dir das erklären. Ich weiß jetzt Bescheid, Mom. Du hast ihm verboten, sich mit mir zu treffen. BJ, schrei deine Mutter nicht an. Den einzigen Menschen, den ich jemals geliebt habe, jagst du einfach weg. Den einzigen Menschen, dem ich wirklich jemals etwas bedeutet habe. Oh Gott, wie ich dich hasse. Hast du kapiert? Ich hasse dich. BJ! Hey, wach auf! Ich bin's! Dein Herr und Gebieter! Ich sag dir, ich war eben zu Besuch bei der vielleicht bezauberndsten, prachtvollsten Frau, die ich je getroffen habe. Werd nicht gleich eifersüchtig. Du bleibst die Nummer eins. Ich bin nur durcheinander. Irgendwie werde ich aus der Dame nicht ganz schlau. Sie ist schon bemerkenswert, diese Kelly Capwell. Sie hat einfach Klasse. Welche Rolle spielt sie nur in diesem Fall? Ich weiß es nicht. Hey, rat mal, wen ich heute am Tatort gesehen habe. Cruz Castillo und BJ Walker. Ich habe die Krankenhausakten überprüft. Es scheint, als sei Castillo in der Mordnacht da gewesen. Von einem solchen Alibi träumt jeder. Was hältst du davon? Glaubst du, das ist die Wahrheit? Oder hat er unter dem Krankenhauspersonal Freunde, die für ihn die Akten frisieren? Das wäre doch immerhin möglich. Hey! Es war verdammt schwer, dich hier reinzuschmuggeln. Da könntest du mir zumindest zuhören. Mir etwas Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Du kleines Monster. Solche Bussis hätte ich mir von Kelly Capwell gewünscht. Vielleicht wollte ich bloß Gesellschaft haben. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Im Moment nervt mich einfach alles. Was erwartest du von mir? Ich habe eine Tochter, von der ich nichts wusste. Sie ist ein psychisches Wrack. Und du feierst mit McCabe eine lauschige Pyjama-Party. Da darf ich doch wohl was sagen, oder? Ich kann doch nichts dafür. Ich habe ihn nicht zu mir reingebeten. Wie kam er dann durch die Tür? Keine Ahnung. Er ist einfach reingefegt. Kelly, ich habe einen Misttag hinter mir. Und ich bin jetzt nicht in der Stimmung für irgendwelche verbalen Gefechte. Ach nein? Du bist doch schon so angriffslustig reingekommen. Der Kerl treibt mich zum Wahnsinn, wenn ich ihm bloß begegne. Und ich kann mir denken, was er von dir wollte. Aber das bekommt er nicht. Und wenn er sich Kopf stellt... Heißt das etwa, du traust mir zu, dass ich mich verplatsche? Brenna, danke vielmals. Das habe ich nicht gesagt. Was tun wir hier? Das frage ich mich auch. Das ist doch Kinderkram. Es tut mir leid. Mir auch. Gott. Also, was hat er gewollt? Ich glaube, er denkt, du hättest Frank Goodman umgebracht. Was? Ich soll der Mörder sein? Er hat es nicht ausdrücklich gesagt, aber ich habe ihn so verstanden. Das ist im Grunde ein Fortschritt. Was soll das heißen? Offensichtlich kommt er allmählich von der Vorstellung ab, dass es Säuer war. Ich finde die Tatsache, dass du verdächtigt wirst, nicht unbedingt sehr prickelnd. Das habe ich schon öfter mitgemacht. Kennen Sie solche Typen? Die finden garantiert in jeder Suppe ein Haar. Wir haben solche Querulanten heute eingeladen, wie zum Beispiel Michael. Der kauft ein Glas Kirschen und garantiert ist in seinem Glas ein Kern. Was macht der Junge? Er fängt sofort an, die Firma zu verklagen. Unser Thema heute um 14 Uhr. Du bist ein gottverdammter Querulant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017